Die Bizeps-Übung Hammer Curls. Häufigster Fehler, zu kurze Bewegungen, nicht über das gesamte Range of Motion gearbeitet, dazu noch viel zu viel Schwung aus dem Rücken und das Ganze unkontrolliert und zusätzlich mit Umkehrschwung. Ganz wichtig, kontrollierte Bewegungsausführung, unten einmal kurz anhalten und über Bizepsmuskulatur nach oben ziehen, nicht über die Rückenmuskulatur und oben am höchsten Punkt maximaler Spannungspunkt des Bizeps kurz anhalten. Immer unter der Belastungsphase nach oben gleichmäßig ausatmen.